Wie riecht der Booty von J-Lo? Jennifer Lopez Glow. Parfum Revue. Wie riecht Jennifer Lopez? Oh je, Boote. Leute, wenn ihr diesen Duft kaufen wollt, dann bestellt den bei Notino, weil die großen Flaschen bei Notino sind wesentlich günstiger. Das ist eine 100ml Flasche und für die habe ich bezahlt 22,90. Extra. Große. Also sieht es so hier raus. Beschissener Stöpsel, dafür haben wir hier einen Charm. J-Lo's Booty is clean. Was ich damit sagen will, der Duft ist sehr sauber, seifig, blumig. Neroli. Orangenblüte, Grapefruit, Amber, Rose, Sandelholz, Moschus, Iris und Jasmin. Schön blumig, sauber, auch so ein bisschen seifig, clean, bisschen fresh, aber überhaupt nicht süß. Wenn du einen Duft suchst, der blumig, frisch ist, ohne süß, das ist es und ist er günstig. Und du hast diesen J-Lo Anhänger, den du hier runternehmen kannst, wenn es dir was gibt. Wow.